Die anderen können Erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oder sich zu infizieren. Ja. Ich will das mal glauben. Danke, Doktor. Also los, Agent. Oh, etwas Grünes. Könnt ihr ruhig mal langsam mal was helfen? Das kommt. Ohne, das ist für ihr. Wo habe ich denn hier jetzt bitteschön die Kransteuerung erreicht? Die Kransteuerung ist in der Kransteuerung für die Kransteuerung. Die Kransteuerung ist in der Kransteuerung. Drei Stück. 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ich weiß, der Weihnachtsmann-Konten kann nicht so viel, aber irgendwie ging er mir auch umher. Was hier irgendwie fehlen am Platz? Immerhin etwas mit einer Mission. Sicher nicht genug, aber immerhin etwas. Ich weiß, dass ich hier nicht so viel, aber ich weiß, dass ich hier nicht so viel, dass ich hier nicht so viel. Oh, bedrohende eine. Was hat die denn jetzt entdeckt? War jetzt aber wieder schnell aufgeladen, also kann das nicht hier bei mir in der Nähe gewesen sein. So, erste E-MZ. Das war's, mal ratsam einfach mal eins zu benutzen. Ah, sehr schön. Echt? Mahnung, keine Neustartzone. Was heißt das? Das Feuer ist die einzige Antwort. Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot, jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Das ist nicht nach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erleggen wir den Job. Das ist nicht nach oben. Geht nach links. Der sieht dran aus. Erleggen wir den Job. Erleggen wir den Job. Oh. Rund an. Der ist dahinten. Und er hat den Job. Der hat sich auch geschafft. Wer weiß nicht? Ich weiß nicht. Jetzt sehen wir ja was dieses Heißen, von wegen keine Neustartzone. Achso, dass ich hier wieder anführe. Alles klar. Na gut, wenigstens fange ich gut auch gleich wieder an, das ist doch okay. Die Gegenstände sind sogar hoher. Ihr kennt die aktuelle Lage, für diese Leute ist es zu spät, sie sind tot, jeder Einzelne. Aber es ist noch nicht zu spät für uns und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Hm. Moment, flach es. Das ist nicht klar. Ihr könnt ihr mit dem Gebet herumgreifen. Das ist nicht klar. Hm. Ihr könnt ihr mit dem Gebet herumgreifen. Ich spüre, da war was. War was? Moment. Wartet. Das sind Viren schade anseilen. Hier könnt ihr mit dem Gebet herumgreifen. Lass mich nach. Ich spüre, da war was. Das steht mir los, glaub ich. Wurde ich wohl doch erwischt. Ja, das war ne blöde... Ein blöder Fleck irgendwie. Ah, schon nicht so ohne gegen diese... Cleaner. Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Machen wir's mit! Hey! Die läuft ja nach oben! Versucht ihn raus! Die läuft ja nach oben! Die läuft ja nach oben! Hältst mir auch nicht mit ihm her! Die läuft ja nach oben! Der ist schon nicht zu spät. Die läuft ja nach oben! Und die läuft ja nach oben! Die läuft ja nach oben! Und dann alle Leute! Boah, ich treff nicht mehr. Unfassbar. Auf, 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 auf. Ja, rein da. Recht ist zu Ende. Na, neun, schau. Fertig, wir müssen das. Geh auf! Geh hier! Geh hier! Erstens klebt er immer an den Wänden, man kann nicht einfach wegrennen, das geht gar nicht. Und zweitens, wenn er mal nachlädt, kann man auch nicht die Waffen wechseln oder sonst was. Aber irgendwie muss es ja wohl zu schaffen sein. Alleine. Für diese Leute ist es zu spät, sie sind tot, jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Moment, muss nachkanken. Oh, Mensch. Nein. Gehen wir uns! Felt sich an das Leben der Kollegen! Alles leer! Sekunde! Eine kleine Arbeit tun! So, rein! Auf, rein da! Bringt es zu Ende! Wir sind in der Oberfläche. Wir werden allecitzen, zwei Gramm und rätten! Wir wagen, wir können uns die Strecke entkommen! Stig! Wir werden uns nicht mehr unterrichten. Der Weg zu einem Strecke entkommen! Hüpf, hüpf, hüpf Oh mein Gott Irgendwie macht er nicht das, was ich will Ihr kennt die aktuelle Lage, für diese Leute ist es zu spät, sie sind tot, jeder einzelne von ihnen Aber es ist noch nicht zu spät für uns und wenn wir das nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes Also an die Arbeit Was macht der denn? Ob ich das jemals noch einschaff? Ich will nicht daran denken, dass ich da Hilfe brauche Das muss doch allein zu bewältigen sein Ihr kennt die aktuelle Lage, für diese Leute ist es zu spät, sie sind tot, jeder einzelne von ihnen Aber es ist noch nicht zu spät für uns und wenn wir das nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes Also an die Arbeit Ich meine Sie hat eine Waffe Sie hat eine Waffe Lass mich meine Arbeit tun! Hey, nicht stehen bleiben, rennen! Sag mal, geht's noch so gut? Fass mich nur. Lass mich! Lass mich. Wir sind die Welt, dass wir die Welt nicht verletzen. Die Welt ist die Welt! Wir sind die Welt! Lübe! Ach, ihr hängt hier nieder, so vorrufen! Was ist denn mit meiner Tastatur los, ey? Feuer, weiter! Okay! Der überträgert! Ihr habt's gesehen, oder? Ständig hat er angehalten, wie ich hochlaufen wollte oder hochrennen. Irgendwie irgendwas ist hier mit meiner Tastatur. Jetzt läuft er die ganze Zeit, wenn ich ihn mal wieder loslassen drücke, loslassen drücke, loslassen drücke. Woran liegt das? Mann, das lief so gut! Das ist ja wieder nicht mehr weiter gelaufen, ich will gucken, was ist das? Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät, sie sind tot, jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit! Mittlerweile ist schon Tag hier! Wir können über den Gefäder rumgreifen. Das ist nicht klar! Da ist dann... Ah! 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 Der haut direkt dahinter! R börjar! Das ist nicht so gut! Ja! Es gibt gefehle, die Führung so gut. Jäg' in die Kiebelkampen! Da ist das nicht so gut! Komm schon! Feuer! Er lauert direkt dahinter. Er lauert direkt dahinter. Er lauert direkt dahinter. Oh, was ist denn jetzt los? Wie konnte das denn jetzt passieren? Oh, was ist denn los? 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 Oh. Oh. Das war's. Ich muss das checken. Kannst du hoch? Ich stelle es auf! Stelle es weg! Wer geht denn da raus? Ich stelle es weg! Oh scheiße, meine Waffe hat keine Munition mehr gleich. Oh man ey. Vorsicht mit dem Kerl! Komm hoch! 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 So, das war nicht die richtige Waffe. Wir haben den Kerl! Gut, wir haben den Kerl! Wir haben den Kerl! Wir haben den Kerl! ein checkpoint ich fasse es nicht mein leben geht auf aber ich hab doch gesagt ich schaff das auch alleine ging halt nur gut was flöten ich verstehe noch nicht warum hier manchmal meine sachen nicht reagieren bei jeder aufnahme stimmt sowas ja das nervt entweder halt das was ich hier mache der Ton fehlt komplett das Spiel hängt keine Ahnung was es hier noch so für Probleme ständig gibt es jetzt sind es die Tastatur und die Maus jetzt sind es die Tastatur und die Maus